Musik Musik Also, Alistair Murphy Look at my Bizeps Look at my Bizeps Shit Wahrscheinlich Stein, oder? Look at dein Bizeps Wahrscheinlich alles fett, oder? Oh, Bodybuilder Oh, Bodybuilder Oh, Bodybuilder Oh, Bodybuilder Oh, Bodybuilder Oh Bodybuilder Und zum Turm Michael Oh, ne, wo kommt denn jetzt? Lol Ah je Gryll Doom Oh ja, das war Gryll Das war Gryll Ach heil Kill him Kill him Komm 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 Hallo Ohhhh Farm Ich hab früher vergessen mir den Wards zu kaufen, heute Ich... 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 Ah... Ok, der ist tot RIP Jawoll Wie... Wie das hochgeflogen ist, deine... Deine Kuh, der... Nein, ich hab... Komm schon, ich hab... Komm Nein, nein, nein... Wie kann meine Kuh nicht einsetzen? Ich hoffe nicht Ah... Shit Oh... Alter Nein, die Videos! Oh, ich... Ich hab's überlebt Die haben nur Chance gegen uns Ja, heh heh Denkst du, die wissen es hier? Ja, die geschossen Ja, jetzt Oh, shit Ich hab' den Kuh bekommen Weil ich ihn gekneidet hab Ich denke, es ist keine Kuh oder ich sterfe kaum damage Lol Ich hab' je weggeschlagen, ich hab' je weggeschlagen und du ultest einen Pakt Dann... Ja... Mal, ich vergesse... Ich habe früher vergessen mir den Wotter Koffer Noob... Scheiße Hm, wie können sie reporten, weil sie hier, äh, Yasuo Botlane gehen Es macht dir aber so viel Sinn Ohol Good Job Der ist in Lusch keine Chance sollte keine ent Köln und Jürgen Gartenheit du die und sie dass sie die Levin nun ist Macher sie lieben ist entwürdig über die Uhr die sie macht sich die Gleiter der Besserung Ich hab meine Ult wieder. Geil. Ich hab meine Ult wieder. Geil. Erstmal schon die Fokusen. Mah, ich hab schon wieder... Das ist scheiß Cooldown, du kriegst du auf. Meins! Nein! Ja, meins! Was?! LOL. Wie du hast ihn bekommen? Keine Ahnung. Wer hat den Ego? Oh, da ist er ja. Da ist er! Okay, der ist gut. Oh fuck. Ach so. Alter, das ist Damage. Alter, Joa! Ja, tut gut. Ich hab die Gottenkir geschenkt, weil ich sie verfolgen will. Iii, bleib stehen. Wie soll ich den Tor kaputt machen? Wie soll ich den Tor kaputt machen? Wie ist der Teleport ausgegangen? Wie ist der Teleport ausgegangen? Ja, hier geht noch. Da war jetzt ganz, oh, da ist er ja. Da war er halt nicht bei der Base, bis der Teleport hatte. Ehe, weniger Kill zumal. Ulti Wadi, ulti! Es ist ulti, du. Genau. Jöh, tschöch, kriegst du den Kill? Ey! What you gonna do? What you gonna do? Alter, eine Attacke, die ihr verfolgt, gehen da einfach 1000 Jahre. 1000 Jahre? Oh shit. Alter, dieser Flash von mir, alter. Der ist richtig schlecht. Ich krieg ihn. Ich krieg ihn. Gut. Komm, ich krieg ihn. Ja, hätte ich jetzt den Watt, hätte ich ihn schon längst. Ja, scheiße. Egal, hab ihn mal. Oh man, wie schade. So, da kommen die, glaube ich. Oder jemand anderes. Der ist, oh, unser. Der will sich rechnen. Der will sich mit uns anrechnen. Ich hab meine Ult bis jetzt nur einmal aktiviert. Jetzt wird's gefährlich, oder? Weil der Suo da ist, alter. Ja, ich bin lieber, alter, alter. Okay, jetzt soll ich meine Ult einsetzen. Shit, ich sterbe. Ich sterbe. Nein. Ich denke das. Statt die Minions angreifen. Shit. 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 Alter, ich hatte kein 26 AP. Shit. Run, bitch. Bam. Jetzt hab ich 200. Und, komm mit. Geh, geh. Geh, geh. Du bist einfach nur noch da. Oh, wahrscheinlich, bam. Oh. LOL. Ich hab's gesch... Ich hab's geschockt. Ja. Lade. Hey, I want to be dabei sein. Yo, hey, I want to be dabei sein. Ah, nein. Ja, GG wie P. Ja, Leute, geile Runde. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Ja, tschüss.